So, ich habe den Flügel gesorgt. Das tut mir gut. Ich habe den Flügel gesorgt. Ich habe den Flügel gesorgt. Nein. Das tut mir gut. Ich bin ja nicht so gut. Martin, wir sind ja noch in der Brot. Wir haben noch ein bisschen Zeit. In Paraguay gibt es noch die letzten Züge. Deswegen warten wir noch die ein, zwei drei Minuten. Und ich komme gleich noch mal auf die Liste der ersten. Ja. Kannst du es und du? Ja, Kummer, 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 Kummer. Wo haben wir schon zu? Wobei, Drexler ja schon eine Beijing war. Ja, Traste. Vorher. Räumat arriba. Ja, das war natürlich nur ein Konkurt. Das war schon ein Konkurt. Ja, das kam schon mal an Sie. Und das wird in den nächsten Jahren der Subturnier-Seinkrise geklärt. Und für später wäre es natürlich das Bieterkrieg der Leistung. Alles klar, wir gehen jetzt heilig.